Weil immer in den Medien von Punkten gesprochen wird und das so aussieht wie im Casino. Du hast irgendwie hier Punkte gewonnen, kannst du die Kasse geben und das einlösen. Wenn man schaut, viele Aktien in Schweizer Franken sind nicht höher als Anfangsjahr. Es wird dann eben spannend, wenn es mal fünf, zehn Prozent runter geht, ob dann noch Käufe nachkommen oder ob dann eben die Leute auf einmal sagen, ich verkaufe meine Aktien und fahre in den Urlaub. Ramon, worüber sprechen wir heute? Heute erfährst du, ob du noch Aktien kaufen sollst, bevor du in den Urlaub fährst. Ja, und dann sprechen wir noch über den US-Dollar bzw. die Teuerung und wo sich die noch auswirkt, wo du noch gar nicht hingeschaut hast. Alles wird immer teurer. Heute war ich beim Vietnamesen und der hat mir gesagt, dass er demnächst keinen Papayasalat mehr anbieten wird, weil der Zug auch von den Rohstoffen, also Papaya, immer teurer wird. Verrückt, oder? Ja, verrückte Zeit. Mein deutscher Kollege hat mir gesagt, vor Corona-Ukraine zwölf Euro für die Sushi-Box am Mittag, jetzt 25. Krass, wirklich. Ja, ich meine, wir wissen ja, die Euro-Währung war noch schwächer als der Franken und darum wird alles noch teurer dort. Also ich habe mal kürzlich nachgeschaut, wenn jemand vor der Pandemie, also im Februar 2020, 100 Euro gehabt hat und irgendetwas, einen Warenkorb kaufen wollte mit diesen 100 Euro, wie viel meinst du, müsste er heute haben? Ich habe es auch gelesen, 125, also 25 Prozent mehr. Einfach weg. Klar. Und das ist ja auch ein Punkt, diese Teuerung, das schlägt sich ja überall nieder, wo man das eigentlich gar nicht unbedingt erwarten würde. Definitiv. Und ich meine, der Schweizer Franken hält sich, Dollar ist extrem schwach. Ich meine, der ist ja wirklich von gefühlt fünf Franken auf 90 Rappen gefallen. Also was ja auch ist, ich meine, das Ganze schlägt sich ja auch auf die Aktien nieder, beziehungsweise die Aktienindizes. Und wenn man jetzt diese 25 Prozent bei den Euro, die wir vorhin besprochen haben, anschauen, um so viel wird ja auch der Einkauf von Aktien teuer. Klar. Also zum Beispiel der DAX steigt automatisch um 25 Prozent, ohne dass er einen Wert gewinnt. Das muss man dazu noch sagen. Richtig. Also wenn man es in Franken anschaut, dann ist dann die Schweizer Börse gar nicht schlecht gewesen. Ja, genau. Also obwohl sie seitwärts geht und alle dann, weil immer in den Medien von Punkten gesprochen wird und das so aussieht wie im Casino. Du hast irgendwie hier Punkte gewonnen, kannst du die Kasse gehen und das einlösen. Ist ja völliger Schmarrn, muss man sagen. Ja, richtig. Und dann hat man natürlich die USA, wo der Dollar noch schwächer war und dort sieht es noch besser aus. Ja. Da haben wir KI und all diese Geschichten. Aber trotzdem auch dort, wenn man schaut, viele Aktien in Schweizer Franken sind nicht höchst, höher als Anfangsjahr. Ja. Also so ein Trugschluss eigentlich wegen den Währungen und im Restaurant sagen die Leute, wird alles teuer und an der Börse freuen sie sich. Ist eigentlich derselbe Effekt, muss man sagen. Richtig. Wir gehen jetzt dann bald in den Urlaub. Du hast gesagt, du gehst in den Urlaub. Kaufst du jetzt vor dem Urlaub noch Aktien ein? Nein, ich kaufe keine ein. Ich warte noch ein bisschen, bis der Markt tiefer ist. Was heißt, du hast einfach den Anstieg verpasst und hättest jetzt gerne Kaufgelegenheit? Ja, ich sage jetzt, das was ich verpasst habe, hätte ich gerne wieder tiefer. Es ist nicht, dass ich alles verpasst habe, aber es ist definitiv so, dass man, wenn es steigt, zu wenig hat. Ja, also eine Hose ist dann, wenn die Leute auch nach gefallenen Kursen noch kaufen können. Und jetzt haben wir vor einer Woche so eine Situation gesehen, wo der Markt zurückgekommen ist und also da wurde es sofort ja unruhig, oder? Hast du auch beobachtet. Genau. Also dann kommen ja dann sofort auch wieder die einen, die dann sagen, ja, ich bin nicht mehr so sicher, jetzt ist wieder aufgestanden, jetzt ist man wieder sicher, es geht weiter hoch. Ja, ja, ja. Es funktioniert einfach so. Aber ich meine, es wird ja dann eben spannend, wenn es dann mal fünf, zehn Prozent runter geht, ob dann noch Käufe nachkommen oder ob dann eben die Leute auf einmal sagen, so, ich verkaufe meine Aktien und fahre in den Urlaub. Ja, genau. Also du kaufst jetzt keine Aktien ein mehr. Nein. Wie machst es du? Ja, also aus meiner Sicht, ich schaue das natürlich sehr technokratisch an in dem Sinne und unemotional, dort ist es ja so, dass wir eigentlich seit spätestens, man kann sich jetzt über die Woche noch streiten, aber spätestens seit Ende Februar eigentlich seitwärts laufen und es sind da Schwankungen, einfach plus, minus vier oder fünf Prozent, plus, minus oder so, so zehn Prozent Bandbreite. Ja, aber da kann man ja dann auch günstig kaufen, teuer wieder verkaufen und dann ist der Urlaub finanziert. Ja, das Problem ist ja, dass die Leute tendenziell prozyklisch unterwegs sind. Oben sind sie bullisch und unten sind sie auf einmal vorsichtig. Haben wir eben vor einer Woche auch gesehen. Aber theoretisch, ich meine, das kann man im Augenblick machen. Traden, das geht in einem gewissen Ausmass, aber wenn man das jetzt einfach mittelfristig anschaut, glaube ich, sind wir schon mehr oder weniger so an einem Top. Die Frage ist jetzt, wie lange das Traden da jetzt noch weiter geht, hin und her, werden wir sehen. Jetzt gehen wir mal zuerst in den Urlaub und dann sprechen wir uns hier wieder. Mich würde ja interessieren, ob du auch in den Urlaub fährst oder ob du Aktien kaufst oder beides. Schreib es doch unten rein, unten rein in die Kommentare. Ramon, ich denke, wir nehmen jetzt den Ausstieg, gehen in den Urlaub und wir sehen uns dann hier wieder in ein paar Wochen wieder. Wunderbar, dir auch schönen Urlaub und gute Zeit. Dir vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg an den Börsen.